...einer langen Zeit zu Franck Ribéry gesagt, als ich noch im Nationalteam war. Es ist lustig, wie manche Leute den Fußball sehen. Heutzutage schauen alle nur auf Spieler, die coole Tricks machen oder ähnliches. Aber das ist nicht Fußball. Fußball ist das, was Thomas Müller macht. Ich würde zu meinem Sohn sagen, schau dir an, wie Müller spielt, wie Ribéry spielt. Denn was Ronaldo macht oder Messi, das sind Freaks. Das ist mein Ernst. Man darf nicht versuchen, diese Typen zu kopieren, denn das sind wirklich Freaks. Solche Spieler gibt es nicht oft, aber man kann so spielen wie Ribéry und Müller. Und für mich wird die Leistung von Thomas Müller einfach zu schlecht bewertet. Er spielt so, wie man spielen sollte. Er verteidigt, er greift an, er behauptet den Ball, wenn nötig, oder spielt ihn im richtigen Moment ab. Er schießt aufs Tor, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Natürlich ist er kein Ronaldo oder Messi, aber wenn es darauf ankommt, ist er da. Ich bin ein Fan von Müller, seit ich das erste Spiel von ihm gesehen habe.